Wir wollen uns einmal einen Überblick über die Sattelpunkte von Logarithmusfunktionen verschaffen. Dazu schauen wir uns als erstes die Funktionsgleichung an, welche sich hier als der Logarithmus eines Polynoms zur Basis A gestaltet. Und uns fällt auf, wir beschränken uns wieder auf Polynome bis höchsten vierten Grades und wir wissen auch, dass wir Logarithmusfunktionen nach ihrer Basis erstmal in zwei große Klassen einteilen können, nämlich solche, wo unsere Basis zwischen 0 und 1 liegt und solche, wo unsere Basis größer als 1 ist. Das sind genau die reellen Zahlen, die wir überhaupt zulassen wollen. Und diese Unterteilung würde sich dann noch weiter verzweigen, wenn wir die Parität des Polynomen Grades noch in Betracht ziehen. Wir können ja sagen, wir haben Polynome ungeraden und geraden Grades und dann erhalten wir insgesamt vier Klassen, wenn wir das kombinieren. Wir wollen uns ja die Sattelpunkte anschauen. Hier nochmal die mathematische Definition dafür, also die hinreichende Bedingung. Wenn wir jetzt unsere notwendigen Bedingungen einzeln durchgehen, wäre das zum Ersten. Die erste Ableitung soll 0 sein, das heißt, wir berechnen hier eine Nullstelle des Anstiegs und zweitens soll hier eine ungerade Ableitung ungleich 0 sein und das dient dem Nachweis, dass diese Nullstelle gerade ist. Also es geht um die Parität dieser Nullstelle und wenn die gerade ist, würde die erste Ableitung die x-Achse berühren. Dadurch würde kein Vorzeichenwechsel beim Durchgang durch die Nullstelle entstehen und das wäre genau das wichtige Kriterium dafür, dass wir überhaupt eine Sattelstelle erhalten können. Wir wissen ja schon, normalerweise stimmt diese Parität hier, die wir im Ableitungsgrad vorfinden, mit der Parität der Nullstelle überein. Allerdings bezieht sich ja unsere Nullstelle auf die erste Ableitung und die Darstellung hier bezieht sich auf die Ausgangsfunktion. Dadurch kommt es jetzt zu einer Verschiebung. Also bezogen auf die erste Ableitung ist unsere Nullstellenparität natürlich gerade, aber durch diesen Strich hier fügen wir nochmal plus 1 dazu, weil sich ja diese Darstellung auf die Ausgangsfunktion bezieht. Das ist also so eine Verschiebung. Wir weisen also die gerade Parität, also dass die Nullstelle gerade ist, hier mit einer ungeraden Ableitung nach. Und wenn wir uns im Schulstoff befinden, dürfen wir tatsächlich die Nullstellen in ihrer Vierfachheit begrenzen. Also wenn das hier gerade Nullstellen sind, dann könnten die ja Zweifach, Vierfach, Sechsfach und so weiter sein. Aber wir wollen da nur Zweifache Nullstellen betrachten. Das heißt, um hier eine doppelte Nullstelle nachzuweisen, in der ersten Ableitung würden wir ja die Zweite, also da würden wir sozusagen f' von f' bilden und dann hätten wir f3'. Also wir würden hier mit der dritten Ableitung arbeiten, um die Nullstelle als Nullstelle zweiter Ordnung klassifizieren zu können, hinsichtlich der ersten Ableitung. Und das wollen wir uns jetzt nochmal in einer größeren Übersicht anschauen, wo wir auch die Art unseres Sattelpunktes unterbringen. Also hier ist klar, wir hätten die erste Ableitung, würden also Nullstelle berechnen, mathematisch gesehen. Das reicht aber noch nicht aus. Wir müssen noch nachweisen, dass diese Nullstelle zweifacher Ordnung ist, sprich, das erledigt hier die dritte Ableitung, welche dann ungleich Null wäre. Wenn ja eigentlich diese zwei Striche, wir beziehen uns aber auf die erste in der Vielfachheit und deshalb ist die dritte Ableitung ungleich Null, erzeugt hier eine zweifache Nullstelle oder eine doppelte Nullstelle oder eine Nullstelle zweiter Ordnung, je nachdem, wie man es nennen will. Und dann hätten wir eine gerade Nullstelle, das ist entscheidender. Und diese gerade Nullstelle sorgt dann dafür, dass wir keinen Vorzeichenwechsel haben und damit liegt eine Sattelstelle vor. Das wäre also die hinreichende Bedingung, wäre beides zusammengelesen. Also eine gerade Nullstelle der ersten Ableitung. Und wie dieser Vorzeichenwechsel dann genau ist, also dieser nicht existierende Vorzeichenwechsel, muss man genauer sagen, das klärt sich durch den Wert dieser dritten Ableitung. Wenn der Wert hier positiv ist, also größer Null, dann hätten wir Vorzeichen, die von Plus zu Plus in der Nullstellenumgebung wandern. Das wäre also eine Berührung der ersten Ableitung mit der x-Achse von oben. Und dementsprechend hätten wir dann dort einen Sattelstieg. Wenn die dritte Ableitung negativ ist, also kleiner Null, sprich Minus, dann hätten wir nur negative Vorzeichen in der unmittelbaren Nullstellenumgebung. Wäre also kein Vorzeichenwechsel, das würde von Minus zu Minus gehen, das würde einer Berührung von unten der ersten Ableitung hinsichtlich der x-Achse entsprechen und wir hätten einen Sattelfall. Nur nochmal das ganz wichtig, um das dann grafisch zu verstehen, wir gehen es auch nochmal einmal für die ersten Funktionen ganz genau durch, damit wir hier nicht in die Predulie kommen. Und jetzt schauen wir uns als erstes Logarithmusfunktion mit einer Basisgröße 1 an und wir wollen ein Polynom ungeraden Gratis vorfinden, sprich Polynome ersten und dritten Gratis, weil wir beschränken uns ja auf Polynome vierten Gratis höchstens. Und da stellen wir schon mal fest, wie wir hier schön in unserem Leitkoeffizienten Index erkennen können, da versteckt sich ja immer auch der Grad unseres Polynoms drin. Wir befinden uns hier bei Polynom dritten Gratis, das heißt Polynom ersten Gratis können überhaupt keine Sattelpunkte erzeugen. Also erst ab dem dritten Grad geht es los bei kubischen Funktionen und das sehen wir sehr schön, wenn wir sagen, wir betrachten die Funktion hinsichtlich des Anstiegsverhaltens. Die steigt, die steigt, hier ist der Anstieg 0, dann ist es wieder steigend. Sprich, wenn wir die Vorzeichen des Anstiegs betrachten, wäre es Plus, hier wäre es 0, dann wäre es wieder Plus. Und das ist genau das Ding für eine Sattelstelle und wir hätten hier einen Sattelstieg. Dann ist es sozusagen der Vorzeichenwechsel von Plus zu Plus. Und für negative Leitkoeffizienten ist es genau andersrum. Da fällt die Funktion, wäre also negativ im Anstieg, hier ist es 0, kein Anstieg, dann fällt sie weiter, ist wieder negativ. Das heißt, kein Vorzeichenwechsel, Anstieg wird es ja 0, ist ja schon mal gut als Bedingung für uns, aber eben kein Vorzeichenwechsel und von Minus zu Minus dementsprechend hier ein Sattelfall. Und das kann man auch grafisch wunderbar irgendwie erkennen. Also diese steigende und fallende, das lässt sich immer ganz gut betrachten und auch richtig festlegen. Jetzt wollen wir noch Logarithmusfunktionen, welche eine Basisgröße 1 haben, betrachten, wo Polynome geraden Grades vorkommen, sprich zweiten und vierten Grades und wollen gucken, ob da Sattelpunkte entstehen können. Und auch hier ist es so, surprise, surprise, bei quadratischen Funktionen können überhaupt keine Sattelpunkte vorliegen. Wir sind jetzt hier schon gleich, wer kennt es wieder am Index, mit Polynom vierten Grades eingestiegen. Das heißt, wenn eine quadratische Funktion vorliegt, erst dann können überhaupt Sattel entstehen. Und hier links hätten wir wieder einen Sattelstieg. Und für die negativen Leitkoeffizienten hätten wir hier einen Sattelfall. Dann hätten wir noch Logarithmusfunktionen, wo die Basis zwischen 0 und 1 liegt. Und wir finden ein Polynom ungeraden Grades vor, wobei wir wissen jetzt schon, dass wir wahrscheinlich nur Polynome dritten Grades betrachten. Damit geht es nämlich hier auch los. Und dann sehen wir, für positive Leitkoeffizienten hätten wir einen Sattelfall und für negative einen Sattelstieg. Und jetzt fehlt uns ja noch die Logarithmusfunktion, wo die Basis wieder zwischen 0 und 1 liegt, aber wir einen geraden Grad haben, also zweiten und vierten Grad. Da wissen wir auch schon, dass wir zweiten Grades ausklammern können, denn nur ab vierten Grad wird was auftauchen. Das heißt, wenn hier eine quadratische Funktion mit im Spiel ist, hätten wir zum Beispiel für die linke Funktion, für positive Leitkoeffizienten, einen Sattelfall und für negative Leitkoeffizienten, einen Sattelstieg. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass wir jede Art von Extrempunkten für alle unsere gebildeten Funktionsklassen von Logarithmusfunktionen vorfinden können. Bei Fragen nutzt gerne die Kommentare und ansonsten noch viel Spaß mit allen weiteren Videos.